Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru! Heute mit ganz besonderer Couchperspektive, denn ich habe ein kleines Experiment gewagt. Also ich habe jetzt mal selbst so ein Video zusammengeschnitten, wo ich bei Taco Bell in Alicante essen war und ich war noch nie bei Taco Bell. Ich hoffe euch gefällt das Video, es sind sehr viele Fotos dabei, es ist nicht ganz so viel Text wie sonst, aber ich wollte euch einfach mal zeigen, was ich dort gegessen habe. Ich hoffe euch gefällt das Video, ich bin für Verbesserungsvorschläge jederzeit offen, ihr Lieben. Gerne in die Kommentare, ich weiß nicht, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr reden sollen, aber jetzt viel Spaß bei Taco Bell, ihr Lieben! Also die Pommes sind echt mal super lecker und so schön gewürzt. Das, was ihr gerade gesehen habt, das waren zwei Tacos, der eine war mit Chicken und der andere war mit Fleisch. Und das hier ist jetzt noch so ein Burrito mit Käse, extra viel Käse. Also schmeckt richtig krass, weil da so viel Käse drauf ist, ist Hammer! Reis, Käse und Beef ist hier drin, aber vor allem, wie gesagt, Käse. Und das war wirklich richtig lecker, sollte ich nochmal so ein Taco Bell sehen, würde ich ihn sogar bevorzugen. Also McDonalds Burger King KFC, Taco Bell, würde ich zu Taco Bell gehen, weil den hat man ja auch nicht so häufig bei uns. Und die Pommes sind einfach der Burner, wie damals bei uns bei Los Bojos, bei McDonalds. Und die Tacos waren auch wirklich lecker. Also von einem Menü mit zwei Tacos wird man auch satt, aber nicht teilen. Teilen ist dann doch ein bisschen zu wenig, man muss das wirklich ganz alleine essen. So, ihr Lieben, und da sind wir wieder auf der Couch beim Junk Food Guru. Ich hoffe, euch hat der kleine Ausdruck nach Taco Bell gefallen. Das waren zwei Tacos, der eine war mit Chicken und der andere war mit Beef und noch extra dieser Cheesy Burrito. Auf einer Skala von 1 bis 10 bekommen die beiden Tacos 8 Punkte. Der Cheesy Burrito bekommt 9 Punkte wegen dem vielen Käse. Und die Pommes natürlich 10 Punkte. Alles in allem hat es sich echt gelohnt bei Taco Bell, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, kommentieren und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.